Sie beginnt schon. So. Welcome. Mit der sonnigsten Stimme der Stadt. So. Bauen wir mal die Burg weiter an. Ich glaub Niklas, du kannst bald wieder in die Miene gehen und Cobblestone abbauen. Ja. Von der Burg. Oder was du brauchst, bald mal ein Lagerhaus zu gehen. Ja. In den Berg halten. Heißen Häuschen. So. Wirken Häuschen zu kräften, oder? Ja. Ja. Weil das ist dieses helle... Das können wir nicht gut verbauen. Das sieht nicht so passend aus. Ja, und auf jeden Fall wird die Burg schon mal größer. Ja. 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 Und das lässt sich nicht mehr sehen. So hässlich geworden. Falls wir ab jetzt Zuschauer hätten. Sollten Sie jetzt in die Kommentare schreiben, ob Sie das genau so empfinden, oder nicht? Und ob wir mit einem Picture-Pack spielen sollen, oder nicht? Nein, der leckt gar nicht mehr so sehr. Ja. 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 Hätte ich eins, würde es auch nicht so lecken. Aber das wäre eben ne Umstellung. Film. Ja, bei deinem PC leckt sowieso alles. Sorry. die alle auch er um er ich hoffe wir machen hier sind nur Schleichwerbungen Eliener und der Tag ist verkauft Der war gut. So. Tja, muss wohl wieder runterlaufen und sie holen. Nein, das... Bist du weiter wieder? Nee, ich bin hinter dir. Scheiße, wo kommt sie aus? Lass mich hier mal aufbauen. Ja, ich... Hier kommt man nicht mehr raus. Ich hab ja nichts mehr raus. Ja, ich darf schon. Ja, ich darf schon. Du bist ja nicht... Nicht, wenn... Dich, der zu mir ist. Ja, ich darf... Warte, wo hast du jetzt eigentlich das Böckmolz hin... äh, also grundsätzlich das Holz... Ah, ich hab schon. Das nehmen wir... Das nehmen wir ja zum Craften. Ich hasse dieses helle Holz. So. Soll ich mir in die Höhle gehen? Da geh ich gerade, weil ich so meine Sachen wieder... Und da bleibt ja keine Zeit. Ah, der hat uns vielleicht mal den... äh, den Zogomessler hinzugehen. Warum? Ich war ja gerade gesorgen. Das war ja kein Essen noch so. Dieses Schwarz... Schwarz wird eigentlich immer noch... Das ist dann sonst kein Best. So, äh... Ja, ich hier mach mir weiter. Ich frag mich, was ich machen soll, damit's nicht mehr so... Also, es soll ja nicht nur so ein... Ekliges Grundgerüst werden und ganz ohne Stil. Es soll ja drinnen so Räume und Verzweigungen haben. Ja, das muss man sich später... Also, eigentlich muss man sich viel mehr an haben. Tja... Aber wir waren einfach trocken. Tja... Werden wir ja sehen. Ich mach auf jeden Fall den Boden auch aus Kabista und sonst sieht's scheiße aus. Und vielleicht ne lange Treppe nach unten. Und jetzt noch mal. Und dann... ...nä... Und dann... Warum guckt man sich eigentlich so gerne so unnötige Videos an? Das macht niemand aus der Herzeite. Das macht niemand aus der Herzeite. Ja, mhm genau. Komisch, dass wenn ich mal so ein Video sehe, zwangsweise weil ich aus Versehen auf den Link geklickt habe, da ein paar hunderttausend Klicks sind. Ist ja reiner Zufall, sind bestimmt alle nur zufällig auf den Link gekommen. Naja, ich wurde alles noch von den Typen, die das gehabt haben. Scheiße, diese Miene ist so geil, aber ich bin da gestorben, dass es immer so schlecht geht. Und sollte auch nicht so viel? Äh, check ich nicht. Ich dachte, Betten können nicht in der Luft schweben. Können sie auch nicht. Komm, können nicht. Naja, ich habe gesagt, dass ihr könnt ihr das. Echt? Oh, dann können wir uns ja ein Luftbett machen. So. Und jetzt liegt man. Naja, doch. Die Küper kommen nicht mehr an dich ran. Naja, also seid ihr im Abkommenmodus? So. Tja. Echt, ich glaube, habt ihr das etwas zu hardcore. Bisschen zu hardcore? Ich habe ja jetzt noch und wieder... Oh ja, Mann! Ja! Ja! Oh nein, ich bin wieder geschrauben. So. Ich weiß gar nicht... Das dauert so ewig, eine Folge hochzuladen. Was? Ja, klar. Da habe ich es eben schon gesagt. Mit der Wicke ist es nicht. Nein, das Internet ist perfekt hier. Aber es dauert sowieso insgesamt lange, Videos auf YouTube hochzuladen. Ich kann es ja mal nebenbei machen. Ja, mach's mal. Probier's. Aber dafür muss ich jetzt erst schneiden. Oh nein, 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 nein. Tja. Es ist ja eh was im Kreuz. Ja, nur die Scheiße ist, wenn ich es auch versuche, aufs Schneideprogramm hochzuladen, ne, da, also zu öffnen, steht da irgendwie, dass das die Datei nicht lesen kann und dadurch kann ich es dann auch nicht eröffnen. Welches so ganz hast du denn? Ach, ich frag mich, warte mich, ich weiß es nicht, wie das heißt. Es war... Es musst du eben wissen, wenn du... Ja, ich sag's euch gleich. Da bist du, du scheiß Ding. Oh, ich hab' auch einen Truss im Wagen vor dir. So. Niklas, wie viel Kappelstum hast du? Fünf. Stacks? Ja, ich hab' auch einen Truss im Wagen. Was? Ich sag' dann in der Türke. Aha. Du sollst mähen gehen. Ja, ich hab' auch eine Haufe, die Essen zu besorgen. Mein, mein, äh, Kappelstum ist gleich aufgebraucht, ich hab' nur noch zwei Stacks. Ja, Mauern. Ich bin grad am Boden. So. Ich tue fest, Frau Bisslöning, die Kiste. Ich tue fest, Frau Bisslöning, die Kiste. Ich tue fest, Frau Bisslöning, die Kiste. Ja, Mann! Das könnte unsere dauernde Hungersnot stehlen. Naja, wenn du eine Melonenscheibe bringst. Hä? Einen halben. Nein, eins. Aber, ähm, wenn man, wenn wir davon jetzt massig anbauen? Ja, das verbraucht aber noch viel mehr Kappelsbrot. Wenn du dir überlegst, äh... Naja, wenn du dir überlegst, aus einer Melone kommen neun einzelne, das ver... Ein weniger, fünf oder sechs. Ja. Okay, füllt die Hälfte deines Lebens. Wir könnten aber auch mal Pilze holen gehen in ein Sumpfgebiet, das, ähm, und Pilzsuffer machen. Das, äh, bringt viel. Ja, aber das brauchst du viel zu schwecken. Verstehst du das, Frau Bisslöning? Ja, sorry, also ich bleib mal im Brot. Und jetzt? Aber es wird ja auch von einem Speck gemacht. Hä? Es wird ja von einem Speck gemacht. Ja, aber die, äh, Schaheien zu bieten. Schau mal, dass du hier überlegst. Ja, da hast du den ganzen Schein. Ja? Ja. Und, äh, noch die Hälfte. Und die... Ja, da hat die, äh, die, äh, Schmerlschüssel und die Tollenschüssel. Das ist dann wieder so, äh, toll gemacht. Du brauchst das die... Ne, es wird schon wieder Nacht. Ja, ich... Mehr von... ...von... Wie viele Füße haben wir denn? Und welche? Was? Ja, nur die Frauen. Ohne. Kackhaft nicht so. Ja, dann warum? Oder wenn das für Wotgefälte? Ähm... Nee. Na, ich bleib mal einen Blick rüber. Aber hier ist schon gesicher Füße. Ist einfach... Mh... 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 In der Suppe... In der Suppe bestimmt unglaublich lecker. Ja, sah es auch. Wie gesund. Schmackhaft. So, reißen wir mal den ganzen Boden hier weg. Das war natürlich für alles ein Witz. Also, in mir ist ein sehr guter Fußbruch. Ihr sagt, er hat jetzt die Gegner aus den Füßen. Mit seiner Hand. Lachen. 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 So, weißt du was? Ich komm jetzt zu dir mit in die Mine, sobald ich das Kabelsturn aufgebraucht hab. Ja, ich hab' aber ich hab' kein Essen. So, aufgebraucht. Ähm... Man sollte schon ein bisschen dazu essen können. Wehe immer für meine Felder, ne? Meine Felder. So, gut. So, Frau Klassen haben wir das hier bei unten. So, was nimm ich denn noch mit? Ja, was hab' ich zur Zeit? Ich hab' keine. Oh, wir haben sogar ein bisschen Brot hier oben. Und überweil, das hab' ich da reingelegt. Ich teusche. Danke. Aber das wird unser Hungers nur... Ich hab' alle gesagt für das. Danke. Super, gut, gut. Wird unser ewiger Hungers nur trotzdem nicht stillen, falls du das glaubst? Nee, auf jeden Fall. Ich hab' mich ja noch mal so sterben, oder? Und das ist doch schon mal was. Ich glaub' ich hab' immer die großen Stücke gebeten, weil ich früher exzulieren kann. Stimmt. Ja, aber das war für mich schon. Völlig korrekt. Ich glaub' ich hab' die ganze Zeit schon in die verschiedenen Liniengängen. Ach, durch die? Ja, durch die. Durch die da? So. Ja, durch die. 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 Oh, hier ist eine überirdisch. Ja. Es wär' mal geil, wenn es so hochgelegt wäre, und dann wären sie mit über der Erde. Ich könnte dich dann so bestraften. Und du denkst dir scheiße, und so würde ich dich ganz verkünden. Ja, das wär' schon geil. Ich mach' mir mal ne Rüstung. Ja. 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 Ich hab' mir was für eine Rolle im Grunde heute. Ja, dein Pech. Da gibt's jetzt keine Last. Okay, das krieg ich dir mal nicht vorbei, mein Mann. Ja, wenn wir jetzt noch mit ihm sag'n. Ja. Gibt's jetzt gibt's auch schon. Ich kann dir eine mitbringen. Lass mal lieber, ich bleib' bei ihr. Ich bleib bei ihr, kriegt nichts.